Ihr auf der Erde habt etwas, das ist im Universum einmalig. Wisst ihr, woran ich denke? Ich denke an die wunderbare Welt des Theaters. Um in Kontakt zu kommen und zu schnuppern, aber trotzdem auch hinein zu tauchen, emotional. Das ist schon meine Hoffnung, dass wir da auch durchaus Opern, Einsteiger oder Wagner-Angsthasen ein bisschen überzeugen können. Viele Dinge, die den Kindern Spaß machen, machen uns normalerweise auch Spaß. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Mord an Mime. Das ist natürlich sehr comicartig gestaltet. Der Text heißt, Siegfried muss handeln. Mit dem Schwert wird auf die Schulter getockt. Der dreht sich rum, reißt die Arme und dann gibt es nur noch Comic-Geräusche. Im Grunde genommen Glucks-Geräusche oder Mord-Geräusche. Und da gibt es so ein paar Dinge, die ein bisschen dem Comic entlehnt sind. Manches ist auch ein bisschen der Augsburger Puppenküste entlehnt. Ich glaube, dass wir mit Kurzfassungen, Destillaten und mit wirklichen Kernaussagen eigentlich eine ganz gute Linie fahren. Das wird in der Zukunft verstärkt gemacht werden, da bin ich sicher. Das wird in der Zukunft. Das wird in der Zukunft. Das wird in der Zukunft. Vielen Dank.